Na gut, weiter. Schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. Irgendwie muss ich doch hier rauskommen. Was hast du denn vor, Kleine? Hä? Warum läufst du denn dauernd in der Hufspur hin und her? Was sagst du? Wieso Hufspur? Das ist doch der Abdruck von einem Pferdehuf, in dem du da rumläufst. Pferd? Was ist denn ein Pferd? Das ist ein Ding. Du weißt nicht, was ein Pferd ist? Du machst aber halblang. Ich hab jedenfalls noch nie ein Pferd gesehen. Du vielleicht? Ja?